Hi, mein Name ist Dominik Braun und in diesem Video möchte ich euch eine 12-Schritte-Anleitung an die Hand geben, wie ihr den perfekten Blogbeitrag schreiben könnt. Also das ist letztendlich auch dieselbe Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich für mich selbst immer wieder benutze, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe. Und vor allen Dingen stammt diese Anleitung fast eins zu eins aus meinem Buch, Texte schreiben für WordPress-Webseite und Blog. Wenn ihr dieses Buch noch nicht kennt, dann schaut euch gerne das Video an, was ich jetzt oben verlinken werde, da stelle ich dieses Buch nämlich genauer vor. In diesem Buch geht es nicht nur darum, wie ihr den perfekten Blogbeitrag schreibt, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Texttypen für Webseiten. Und die stelle ich alle vor, wie man da vorgeht eben, um diesen Texttyp jeweils zu schreiben. Seien es Verkaufstexte oder Social-Media-Texte, Newsletter-Texte, Texte für die Startseite, die Über-Mich-Seite. All diese Texttypen haben so ein bisschen ihre eigenen Gesetze und deshalb stelle ich im Buch eben diese Gesetze sozusagen vor. In diesem Video hier soll es aber ausschließlich um den perfekten Blogbeitrag gehen, wie man den schreibt. Und wie bereits erwähnt, das sind zwölf Schritte und die werden wir jetzt einen nach dem anderen durchgehen. Wie immer findet ihr natürlich alle wichtigen Links zu diesem Video unterhalb des Videos in der Beschreibung und dort werde ich auch einen Link platzieren zu der Textanleitung. Also es gibt praktisch einen Blogbeitrag für dieses Video, wo ich eben das Ganze einfach in Textform nochmal geschrieben habe, die zwölf Schritte Anleitung für den perfekten Blogbeitrag. Vorweg noch ein kleines Anliegen von mir. Wenn euch dieses Video gefällt, dann könnt ihr ihm gerne einen Daumen nach oben geben oder natürlich auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr euch für weitere Inhalte dieser Art interessiert. Und hier nun die versprochene Zwölf-Schritte-Anleitung. Schritt 1. Mehrwert ist konstruktiver als Werbung. Und das große Buzzword sozusagen an der Stelle lautet Content Marketing. Denn die Art und Weise, wie Werbung mittlerweile betrieben wird, unterscheidet sich einfach komplett von der Art und Weise, wie Werbung vor 20 oder 30 Jahren ausgesehen hat. Und es ist einfach so, dass diese Maßnahme, seine Zielgruppe irgendwie mit Werbung zu berieseln, das schreckt die Leute einfach mehr und mehr ab und die Leute sind auch abgestumpft gegenüber solchen Werbebotschaften. Die moderne Art und Weise, seine Zielgruppe von sich zu überzeugen, sieht so aus und genau das beschreibt der Begriff Content Marketing auch, dass man mit guten Inhalten glänzt. Das heißt, es kann entweder Information sein oder Unterhaltung, die man kostenlos zur Verfügung stellt. Und damit kann man bei seiner Zielgruppe einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass man als Unternehmen oder als Marke eben kompetent ist. Das bedeutet also konkret für Blogtexte, dass man dort keine Werbetexte unterbringen sollte. Das kann man an anderer Stelle auf der Webseite gerne machen, zum Beispiel bei den Verkaufstexten, aber auf dem Blog eher nicht. Was man machen kann, zum Beispiel, das mache ich auch ganz gerne, dass ich im Schlussteil, wenn ich sehr viel Information schon zur Verfügung gestellt habe, dass ich im Schlussteil noch so ein bisschen für ein Produkt oder für eine Leistung halt werbe, aber dann immer nur so am Rande. Es ist nicht so, dass ich den kompletten Text irgendwie damit prahle, wie toll meine Produkte oder wie toll meine Leistungen irgendwie sind. Jetzt stellt sich natürlich dabei die Frage, ist das nicht irgendwie ein bisschen gefährlich, wenn man so viel kostenfreies Wissen zur Verfügung stellt, weil man verschenkt ja was und verliert man dadurch nicht eigentlich Kunden? Die Antwort auf diese Frage ist aber, dass eigentlich eher das Gegenteil der Fall ist. Auch wenn, sage ich mal, von zehn Lesern eines Blogbeitrages neun dann irgendwie das Problem zum Beispiel von alleine lösen können, dann kann es ja trotzdem sein, dass jeder zehnte Leser auf einen zurückkommt, weil man eine gewisse Kompetenz vermittelt hat. Und wenn man jetzt halt super viele Leser auf seinem Blog hat, dann können da schon einige Interessenten sozusagen zusammenkommen. Oder denkbar wäre natürlich auch ein Szenario, wo der Leser des Blogs zwar sein Problem lösen kann, aber euch vielleicht im Hinterkopf behaltet, weil ihr einfach so eine Kompetenz über diesen Beitrag vermittelt habt, dass der Kunde dann sagt, mit euch möchte ich irgendwie mein nächstes Projekt realisieren oder sowas in der Richtung. Deshalb merken auf jeden Fall, bevor wir überhaupt in die nächsten Schritte reingehen, dass Inhalt sehr viel mehr wert ist als Werbung. Schritt zwei, Thema finden. Wie ich jetzt im ersten Schritt schon gesagt habe, geht es hauptsächlich darum, mit Inhalten zu glänzen und nicht mit Werbung. Jetzt stellt sich aber natürlich die Frage, welche Inhalte kann ich auf meinem Blog präsentieren? Wie finde ich ein passendes Thema, über das ich schreiben kann? Und deshalb möchte ich an der Stelle einfach mal vier Möglichkeiten vorstellen. Das erste sind sogenannte Hitlisten, das heißt Beiträge, die losgehen mit einer großen Überschrift, die fünf besten so und so oder 13 Dinge, die Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, da hat der Leser sofort eine klare Ahnung von der Struktur und meistens regt es auch so ein bisschen natürlich zur Interaktion an, weil der Leser dann selbst mitdenkt und überlegt, Moment, ich könnte da vielleicht noch einen sechsten oder siebten Punkt ergänzen oder ich bin da anderer Meinung und finde das und das gehört in diese Liste herein. Das heißt, der Leser ist da sofort mit einem aktiven Engagement irgendwo irgendwie dabei, diesen Beitrag zu lesen. Eine weitere Möglichkeit, worüber man auf seinem Blog schreiben kann, ist zum Beispiel die Geschichte hinter den Produkten. Also ich habe ja schon gesagt, wenn man Produkte, können ja physische oder digitale Produkte sein, wenn man solche Produkte auf seiner Webseite verkauft, sollte man auf seinem Blog nicht so viel Werbung dafür machen. Aber was man machen könnte, wenn man diese Produkte genauer vorstellen möchte, ist, man könnte vielleicht die Geschichte dahinter erzählen, die Entstehungsgeschichte, wie sind diese Produkte entstanden. Ein weiterer Ansatzpunkt für Blogbeiträge, das ist ein Ansatz, den ich sehr häufig wähle, das sind Anleitungen beziehungsweise sogenannte Tutorials oder Checklisten. Das heißt, da stelle ich ganz klar Wissen zur Verfügung und sage, wie macht man das und das, wie löst man dieses oder jenes Problem. Eine vierte und letzte Möglichkeit, die ich an dieser Stelle als Beispiel für Blogbeiträge vorstellen möchte, das ist der Einblick in das eigene Unternehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein größeres Unternehmen hat mit ein paar Mitarbeitern, dann könnte man natürlich auf seinem Blog einfach so ein bisschen den Arbeitsalltag beschreiben, neue Mitarbeiter vorstellen, vielleicht sind auch Hunde, Tiere irgendwie im Büroalltag integriert. Das geht natürlich alles auch so ein bisschen Richtung Unterhaltung schon, aber hat auch den schönen Vorteil, dass der Leser sofort das Gefühl bekommt, das ist eine super authentische Marke oder ein super authentisches Unternehmen, was sich da präsentiert. Schritt 3 Struktur schaffen. Okay, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt euer Thema gefunden, über das ihr schreiben möchtet. Jetzt ist natürlich der schwierigste Teil eigentlich eine gewisse Struktur in das reinzubringen, was man schreiben möchte. Denn in der Schule habt ihr wahrscheinlich auch schon gelernt, man soll sich erst Gedanken machen und dann soll man schreiben und gerade beim Bloggen trifft das auch auf jeden Fall zu. Das heißt, der erste Schritt, wenn ihr jetzt vor einem weißen Blatt, vor einem weißen Blatt hier im übertragenen Sinne ein leeres Dokument in Word, wenn ihr davor steht, dann solltet ihr erstmal ein Brainstorming machen, das heißt wirklich eure Gedanken ungeordnet niederschreiben. Und ich persönlich kann es total empfehlen, also ich bin da total der Freund von, das Ganze non digital zu machen, das heißt ganz analog seine Gedanken aufzuschreiben. Und das habe ich jetzt beispielhaft mal gemacht und habe diese Gedanken eingescannt. Der Beitrag, mit dem wir hier arbeiten werden, der existiert schon, aber ich simuliere das einfach so, als ob wir den jetzt gemeinsam hier schreiben wollen würden. Also das ist der hier von der worklifebalancecoach.com Webseite. Den werde ich euch unten auch nochmal verlinken, dass ihr sozusagen das fertige Resultat dann seht, an dem wir hier arbeiten. Aber wenn wir uns jetzt hier dieses Brainstorming mal anschauen, das sind die Notizen, die ich mir gemacht habe. So, wenn ich jetzt diese super vielen Notizen hier habe, dann ist der nächste Schritt für mich der, zu überlegen, wie kann ich die ordnen? Also welche Übergruppen gibt es, die ich den einzelnen Punkten zuordnen kann? Und auch das habe ich auf einem Zettel vorbereitet. Der sieht dann so aus. Und im Grunde genommen kann man sagen, ich habe hier fünf Themengebiete gefunden. Die funktionieren dann eigentlich auch schon ganz gut als Zwischenüberschriften. Das heißt, wenn ich euch das in dem Dokument mal hier zeige, dann habe ich diese Überschriften, die ich in diesem Notizblatt hier gemacht habe, die habe ich jetzt übernommen in Word. Und die sind natürlich auch noch nicht perfekt. Also natürlich kann man die dann noch ein bisschen verfeinern, genauso wie die Hauptüberschrift von dem gesamten Artikel. Das werde ich in einem einzelnen Unterpunkt nochmal machen. Und was ihr hier auch noch seht, ich habe hier hingeschrieben, Einleitung und Schlussteil. Das heißt, man kann im Grunde genommen, kann man einen Blogbeitrag in drei Teile einteilen. Das ist die Einleitung. Das ist der Hauptteil hier mit diesen ganzen Zwischenüberschriften. Und das ist der Schlussteil. Und was ich jetzt noch gemacht habe, ist im Vergleich zum ersten Blatt, wie es hier hatte, habe ich jetzt beim nächsten Schritt hier noch die Nummern davor geschrieben. Das heißt, die ganzen Nummern aus meinen groben Zwischenüberschriften, die ich habe, die habe ich hier zugeordnet. Das heißt, es wird mir leichter fallen, dann im nächsten Schritt dann die Texte hier zu schreiben. Und das sollte es grundsätzlich gewesen sein, hier mit dem dritten Schritt. Was ich noch an der Stelle dazu sage, für diejenigen, die sich jetzt vielleicht fragen, hä, warum macht er das denn nicht in WordPress? Ich persönlich würde empfehlen, dass man so einen Text, wenn man ihn schreibt, erstmal in Word schreibt, weil Word einfach bessere Hilfestellungen bieten kann, was Rechtschreibung und Grammatik angeht, also dass Fehler unterstrichen werden. Da ist WordPress jetzt nicht unbedingt so zuverlässig. Falls ihr eure Rechtschreibung und Grammatik verbessern möchtet, kann ich euch auch ein Video von mir empfehlen. Das werde ich auch unterhalb des Videos in der Beschreibung verlinken. Schritt 4. Zwischenüberschriften und Absätze benutzen. Also der aktuelle Stand war jetzt ja, wie gesagt, wir haben hier mit Hilfe dieser Zwischenüberschriften oder vorübergehenden Zwischenüberschriften uns eine Struktur für unseren Text geschaffen. Jetzt, bevor es ans Schreiben geht, weil im nächsten Schritt geht es dann auch nochmal ganz konkret um den Schreibstil, gibt es zwei wichtige Dinge, die ihr wissen solltet, nämlich, wie ich bereits erwähnt habe, Zwischenüberschriften und Absätze. Die sollte man benutzen, um einen Text lesbarer zu gestalten. Falls ihr euch für dieses Thema interessiert, Lesbarkeit oder Leseverhalten im Internet im Speziellen, dann kann ich euch einen Gastbeitrag empfehlen, den ich für die Webseite Ciao Chef geschrieben habe. Den Beitrag, den werde ich für euch verlinken, ebenso wie ein kostenloses PDF-Dokument, was ihr auf meiner Webseite bekommt, nämlich bessere Texte gestalten. Da geht es darum, wie ihr optisch bessere Texte gestalten könnt, die gerade in Bezug auf Lesbarkeit dann bessere Resultate liefern. Die Lesbarkeit ist natürlich für den letztlichen Leser wichtig, aber auch für die Suchmaschinen, auch die bewerten, wie gut ein Text lesbar ist. Und im Grunde genommen, die Zwischenüberschriften, die haben wir automatisch schon gesetzt, dadurch, dass wir unsere Struktur hier geschaffen haben, die kann man jetzt im nächsten Schritt dann noch verfeinern. Also das waren sozusagen Arbeitstitel, aber da kann man jetzt natürlich gucken, wenn man den Text schreibt, dass man die irgendwie noch besser, schöner formuliert. Da werde ich jetzt aber nicht näher drauf eingehen, wobei ich allerdings später bei der Hauptüberschrift nochmal genauer drauf eingehen werde, wie man da vorgeht, um da einen guten Titel zu finden, weil da gibt es schon ein paar Kriterien, auf die man achten sollte. Also wenn wir uns das jetzt mal anschauen, wir waren hier gewesen, Schritt 2 sozusagen, von diesen Word-Dokumenten. Also wenn ich jetzt hier, das ist jetzt der nächste Schritt, den ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier schon die Texte geschrieben und dann sieht das Dokument erst mal so aus. Die Zwischenüberschriften, die habe ich schon umgeschrieben, also vom Arbeitstitel sozusagen zu den richtigen. Also hier hieß es ursprünglich allgemeine Grundlagen, Schallfrequenz etc. Das war halt wie gesagt mehr so eine Notiz für mich und physikalische Grundlagen über Akustik und Schall. Das ist natürlich ein viel schönerer Titel, den man dann im Text verwenden kann. Was ich jetzt allerdings hier bei dieser Version des Textes noch nicht habe, ist die Einleitung. Die ist halt noch gelb markiert und der Text hat zwar die Zwischenüberschriften, aber der hat noch keine Absätze und ist daher auch noch nicht so schön zu lesen. Deshalb habe ich ihn im nächsten Schritt, das müsste hier glaube ich sein, das ist der mit der Einleitung schon, habe ich ihn hier, genau, mit Absätzen geordnet. Die Frage lautet jetzt, wann macht man einen Absatz? Und die Antwort darauf lautet im Grunde genommen immer dann, entweder wenn man einen Gedankensprung hat oder irgendwie ein neues Thema anfängt, dann macht man auch einen neuen Absatz. Und Absätze sorgen einfach dafür, dass es für den Leser sehr viel komfortabler ist, sich durch einen Text durchzuarbeiten und ihn zu lesen. Was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist zum Beispiel, ich habe hier ein Zitat entsprechend formatiert, ich habe hier eine ungeordnete Liste, ich habe hier nochmal weitere Unterüberschriften, sozusagen hinzugefügt und was ich letztlich auch gemacht habe beim fertigen Dokument, als ich den Text geschrieben habe, ist, dass ich an gewissen Stellen hier zum Beispiel mit Fettungen gearbeitet habe, weil auch das diese Stichpunkte nochmal besser irgendwie zusammenfasst. Schritt 5, den perfekten Schreibstil entwickeln. Ihr habt jetzt in den vorangegangenen Punkten gelernt, wie ihr so eine gute Struktur für euren Text bildet, wie ihr die richtigen Zwischenüberschriften findet und jetzt geht es irgendwie dran, einen für sich stimmigen Schreibstil zu entwickeln. Und da gibt es auch so ein paar Punkte, die man beachten sollte. Das Allerwichtigste eigentlich mal vorweg, ein eigener Schreibstil ist nichts, was über Nacht kommt, sondern der entwickelt sich einfach mit einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn ihr mal so zehn Blogbeiträge geschrieben habt, dann werdet ihr merken, dass sich da einfach so ein gewisser Stil bei euch herauskristallisiert, mit dem ihr euch wohl fühlt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch an der Stelle noch ein paar weitere Tipps geben, wie ihr einen für euch stimmigen, guten Schreibstil findet. Die wichtigste Schreibregel beim Bloggen vorweg, es gibt keine Regeln sozusagen. Also das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber tatsächlich ist es so, dass beim Bloggen wegen der Authentizität keine richtigen Schreibregeln gelten, sondern jeder Blogger einfach für sich seinen persönlichen Stil findet. Und da kann es auch schon mal sein, dass man auf Blogs Texte liest, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig grammatikkonform sind, wo ein Satz anfängt, der vielleicht kein Verb enthält oder vielleicht Sätze mit einem und beginnen. Also so Sachen, die eher umgangssprachlich sind, aber beim Bloggen kann man das durchaus machen. Das kann einfach zum Schreibstil des jeweiligen Bloggers gehören. Authentizität kann dann eine Rolle spielen, wenn man zum Beispiel seine Unperfektheit seinem Publikum zeigen möchte, wenn man dem Leser das Gefühl geben möchte, dass da ein Mensch dahinter steckt, der eben diesen Text geschrieben hat. Trotzdem ist es natürlich ganz wichtig, auch wenn man sich jetzt nicht hundertprozentig an alle Grammatikregeln halten muss, so die Basics, was Grammatik und Rechtschreibung angeht, sollte man dann schon beherrschen. Also Groß- und Kleinschreibung und so Geschichten. Falls ihr da selbst noch nicht so fit seid, ich habe eine Videoserie produziert, wo ich die häufigsten Rechtschreib- und Grammatikfehler vorstelle. Die werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Prinzipiell kann man schon auch sagen, dass man in der Umgangssprache schreiben sollte, in der man sich mit seinen Kunden oder seiner Zielgruppe potenziell auch unterhalten würde, wenn man mit ihnen von Gesicht, von Angesicht zu Angesicht sprechen würde. Natürlich muss man das auch differenziert betrachten, also natürlich ganz klar, man kann sagen, dass auf einem naturwissenschaftlichen Blog ein anderer Schreibstil wahrscheinlich Sinn macht, als auf einem, der sich mit Persönlichkeitsentwicklung oder sowas beschäftigt. Also das heißt, auf einem Blog, der naturwissenschaftlich oder generell wissenschaftlich ist, sollte eher auf einen Schreibstil geachtet werden, der sehr seriös wirkt, wo die Grammatikregeln dann schon sehr, sehr gut beachtet werden oder so, wo hingegen bei Persönlichkeitsentwicklung dann schon ganz klar ein Ton herrschen kann, der irgendwie Richtung Umgangssprache geht und wo vielleicht auch nicht so sehr mit wissenschaftlichen Begriffen gearbeitet wird, sondern in einer Sprache geschrieben wird, dass der Laie es auch verstehen kann. Ein wichtiges Hilfsmittel beim Schreiben, also gerade beim Bloggen, ist auf jeden Fall das Storytelling, das heißt das Erzählen von Geschichten, wobei diese Kurzdefinition von diesem Begriff nicht ganz gerecht wird. Wenn ihr wissen möchtet, was sich hinter dem Begriff Storytelling verbirgt, dann kann ich euch auf jeden Fall mein Video empfehlen, das ich ebenfalls verlinken werde. Des Weiteren, und auch das werde ich verlinken, habe ich ein Video produziert, wo ich sechs Tools vorstelle, die ich für Texten und Marketing benutze und auch die können euch dabei helfen, euren Schreibstil zu verbessern. Also zum Beispiel gibt es eine Webseite, die ich immer benutze, wenn ich Synonyme für Wörter suche. Das heißt, ich stelle fest, dass ich in einem bestimmten Text vielleicht ein Wort sehr sehr häufig benutze und dann frage ich mich, was kann ich denn stattdessen für Wörter noch benutzen. Und dann nutze ich ebenso Hilfsmittel wie spezielle Webseiten, wo man Synonyme für Wörter findet. Schritt 6, eine gute Einleitung schreiben. Also wir waren jetzt hier an der Stelle stehen geblieben, dass wir unser Textgerüst schon relativ weit haben. Wir haben Zwischenüberschriften, wir haben eine gute Struktur. Wir haben zumindest einen Arbeitstitel auch für unsere Hauptüberschrift. Was wir jetzt als nächstes machen wollen, ist eine Einleitung schreiben. Und da gibt es natürlich auch ein paar Dinge, die man beachten sollte. Also eine Einleitung, die sollte ein guter Teaser sein. Das heißt, sie sollen Vorgeschmack auf den Text geben, was den Leser erwartet. Das Schwierige dabei ist, dass man so eine gesunde Balance finden muss. Das heißt, einerseits muss man dem Leser ja schon verraten, was in dem Text vorkommt. Aber auf der anderen Seite will man nicht zu viel verraten, damit er den Text dann auch wirklich weiterliest und zu Ende liest. Das heißt, er soll einen Vorgeschmack bekommen. Er soll neugierig werden. Und auch hier ist jetzt so ein bisschen wiederum die Schwierigkeit, die Balance zu finden. Wenn man jemanden neugierig machen will, muss man natürlich irgendwie schon ein bisschen reißerisch schreiben, allerdings nicht zu sehr. Wenn man zu sehr reißerisch schreibt, dann werden die Leute skeptisch. Wenn man zu langweilig schreibt, dann ist die Neugier auch nicht gewährleistet. Das heißt, da muss man auch eine gute Balance finden. Das Ganze spielt natürlich eine Rolle für den Leser, allerdings nicht nur für den Leser, sondern im Endeffekt auch wieder für die Suchmaschinen. Denn hier spielt die sogenannte Bounce Rate eine große Rolle. Denn wenn jemand auf eure Webseite gelangt mit Hilfe von einem Suchmaschineneintrag, den er zum Beispiel bei Google gefunden hat, dann schaut die Suchmaschine, wie viele Sekunden oder Minuten verbringt der Nutzer denn letztlich dann auf dieser Webseite. Klickt er den Artikel kurz an und schließt ihn dann wieder nach fünf Sekunden oder bleibt er länger auf der Seite? Und wenn der Leser sofort wieder den Artikel schließt, dann ist das für Google und Co., also für die Suchmaschinen, eigentlich eher ein Indiz dafür, dass der Artikel schlecht ist. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass der Leser auch auf der Webseite, auf eurer Webseite, auf dem Blogartikel bleibt. Das könnt ihr einerseits natürlich damit gewährleisten, dass der Artikel gut ist, aber das alleine reicht nicht. Denn wenn der Artikel gut ist, aber der Leser trotzdem irgendwas ganz anderes erwartet hat, dann wird er auch abspringen. Das heißt, ihr solltet in der Einleitung auf jeden Fall dem Leser das Gefühl geben, dass er richtig ist. Dass er dort das findet, was er sucht und ihr solltet auch das versprechen, was ihr auch wirklich halten könnt. Wie gesagt, das Ganze ist ein Suchmaschinen-Optimierungsthema sozusagen und das ist auch ein riesiges Themengebiet. Und wenn ihr euch dafür interessiert, Suchmaschinen-Optimierung, im Speziellen jetzt mit dem Plugin Yoast SEO, dann kann ich euch ein Video beziehungsweise ein Artikel empfehlen, also ein Video empfehlen, das ich produziert habe, beziehungsweise ein Artikel, den ich geschrieben habe. Wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal anhand meines Textes hier über die Solfetgio-Frequenzen an. Im nächsten Zustand habe ich hier nämlich schon eine Einleitung geschrieben. Ich lese die einfach mal vor. Den Solfetgio-Frequenzen wird nachgesagt, eine heilsame Wirkung auf die Gesundheit zu haben. In diesem Artikel möchte ich beleuchten, ob das wirklich stimmt und was man allgemein unter dem Begriff Solfetgio-Frequenzen versteht. Außerdem werde ich dir die wichtigsten dieser Frequenzen vorstellen. So, das heißt, der Punkt Neugier ist auf jeden Fall sehr gut abgedeckt, denn ich habe irgendwie angerissen, was ich behandeln werde. Aber eigentlich sind das offene Fragen, die ich dann, wo ich gesagt habe, die werden erst im Text beantwortet. Das heißt, was bedeutet der Begriff? Hat der wirklich eine heilsame Wirkung? Was sind die wichtigsten von diesen Frequenzen? Alles das sind Fragen, vielleicht auch Fragen, die der Leser vorher gar nicht hatte, aber die über die Einleitung dann neu bei ihm entfachen, wo er noch mehr Neugierde vielleicht bekommt, diesen Text letztlich zu lesen. So, was ich jetzt machen werde, ist, ich werde diesen Text jetzt, der vollständig ist mit Einleitung, Hauptteil und Schlussteil, den werde ich jetzt in WordPress rüber kopieren. Und der Punkt, der wichtige Punkt bei der Einleitung ist nämlich, dass das hier nämlich raus, weil die Hauptüberschrift die setzen wir an anderer Stelle. Das wichtige bei der Einleitung ist nämlich, wenn wir jetzt hier uns den Blog anschauen, wenn wir das richtig machen, dann ist die Einleitung in der Blogübersicht nämlich immer der Text, der hier auftaucht und danach bricht es sozusagen ab. Dann kommt dieser sogenannte Weiterlesen Tag. Und genau deshalb sollte dieser kurze Text, den man in der Blogübersichtsseite sieht, ein perfekter Teaser sein, damit der entsprechende Webseitenbesucher dann auch wirklich auf diesen Weiterlesen Link hier klickt. Ganz kurz will ich euch zumindest auch zeigen, wie man den einfügt. Das ist total easy, nämlich über dieses Symbol hier, Weiterlesen Tag einfügen. Und wenn man das jetzt speichert, dann wird das später genauso aussehen wie hier. Ich werde da jetzt gar nicht mehr weiter drauf eingehen, auf diese ganzen wichtigen Funktionen in WordPress. Wenn ihr neu in WordPress seid und WordPress lernen wollt, dann empfehle ich euch meine neunteilige Videoserie, die eben genau diesen Titel trägt, WordPress lernen. Eine kleine Sache noch, was hier wichtig ist bei der Einleitung, aber das ist jetzt dann auch schon für die Fortgeschrittenen sozusagen, die hohe Schule, dass man den Begriff, auf den man seinen Text optimiert, also hier ist ja das Thema Sulfedger Frequenzen, also habe ich meinen Text hier, den gesamten Text für die Suchmaschinen auf das Wort Sulfedger Frequenzen optimiert. Und deshalb sollte dieses Wort auch irgendwie relativ früh in der Einleitung auftauchen. Schritt 7. Blockbeitrag Mindestlänge beachten. Eine Frage, die ich sehr häufig gestellt bekomme, ist, gibt es denn eigentlich sowas wie eine Mindestlänge für meinen Blockbeitrag? Wie viele Wörter muss ein Blockbeitrag enthalten, damit er gut ist? Und tatsächlich ist es so, dass es zumindest für die Suchmaschinen, also für die Suchmaschinenoptimierung, für das SEO, eine Rolle spielt, wie viele Wörter man benutzt. Man kann sogar ganz vereinfacht sagen, dass es quantitativ zählt. Je mehr Wörter, desto besser. Natürlich schreibt ihr eure Texte nicht ausschließlich für die Suchmaschinen, aber das ist so etwas, was ihr im Hinterkopf behalten solltet. Jetzt kommt aber auch noch hinzu, dass es gewisse Schwellen gibt. Also ich sage mal so, wenn ihr einen Text mit 300 Wörtern schreibt, dann macht es keinen großen Unterschied, ob ihr jetzt noch 10 oder 20 Wörter mehr schreibt. Wenn ihr allerdings einen Text von 290 Wörtern habt, dann macht es schon einen Unterschied, ob ihr da jetzt noch 15 Wörter mehr schreibt. Oder wenn ihr sagt, ja, ich kann den Text irgendwie noch aufbauschen und schreibe statt 300 Wörtern 500 Wörter. Denn das sind so im Grunde genommen die großen, wichtigen Schwellen, die es gibt. 300, 500, 900 und die werde ich jetzt auch nochmal kurz beleuchten. 300 Wörter, würde ich sagen, ist so die absolute Mindestlänge, damit ein Text überhaupt irgendwie eine minimale Wirkung auf die Suchmaschinen hat. Also von daher ist 300 Wörter so eine absolute Mindestlänge. Also es sei denn, ihr sagt, ihr schreibt jetzt einen Blogbeitrag, wo ihr sagt, der muss gar nicht über die Suchmaschinen gefunden werden. Den verlinke ich irgendwie innerhalb mit meinen Blogbeiträgen, dass jemand, der auf meiner Webseite ist, dann irgendwie über den zweiten oder dritten Schritt auf diesen Beitrag gelangt. Aber wenn jemand über die Suchmaschinen kommen soll, dann ist 300 Wörter die absolute Mindestlänge. Die nächste Schwelle, die liegt bei 500 Wörtern. Das ist schon so ein Wert, wo ich sage, da hat man schon eine solide Wirkung auf die Suchmaschinen. Und 900 Wörter, das ist so eine Schwelle, die empfehle ich für Beiträge, die als Cornerstone-Content dienen sollen. Cornerstone-Content, das sind Blogbeiträge, die sehr, sehr beliebt sind, die sehr, sehr viele Leser ziehen und die die Leser praktisch anziehen. Das heißt, Leser, die von den Suchmaschinen kommen, die nach einem ganz bestimmten, sehr gefragten Thema suchen und dann auf der Webseite dieses Thema finden und dann feststellen, dass diese Webseite so super informativ ist, dass sie noch weitere Beiträge eben auf dieser Webseite lesen. Deshalb eben Cornerstone, weil das sozusagen der Eckpfeiler irgendwie ist, der die Leute auf diese Webseite führt und sozusagen das Eintrittstor irgendwie auf diese Webseite ist und eine längerfristige Bindung eben zu den Lesern herstellt. Schritt 8. Deinen Blogbeitrag konsistent gestalten Das ist jetzt so ein Punkt, da kann man jetzt keine allgemeinen Regeln irgendwie geben, sondern das sind einfach so Kleinigkeiten, auf die ihr achten solltet. Zum Beispiel die große Frage, ob ihr eure Leser duzt oder siezt, wobei das ja nicht nur den Blog dann betrifft, sondern auch die komplette Webseite. Oder zum Beispiel könnt ihr sagen, dass ihr generell wichtige Begriffe fett schreibt oder kursiv. Dann könntet ihr vielleicht, um eine bestimmte Identität euch zu erarbeiten und eine Authentizität letztlich auszustrahlen, bestimmte Floskeln haben, die ihr jedes Mal wiederverwendet zur Begrüßung oder so etwas. Also ich nenne an der Stelle immer ganz gerne den Comedian Rüdiger Hoffmann. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt, der ja jedes Mal seine Reden anfängt mit Ja, hallo erstmal. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Das heißt, auch das ist einfach so ein Wiedererkennungsmerkmal. Und mit solchen Dingen kann man auch arbeiten, um Blogbeiträge konsistent zu gestalten. Dann habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit, irgendwie im Schlussteil so eine gewisse Konsistenz zu gewährleisten, indem ihr beispielsweise einen Textfragment habt, das ihr jedes Mal wiederverwendet. Also wenn ich euch zum Beispiel mal zeige, hier meinen Blogbeitrag über dieses Video, was ich hier gerade drehe, wenn ich da mal runterfahre ans Ende, der ist relativ lang, der Text, dann seht ihr, ich habe hier dieses, dir hat dieser Artikel gefallen. Du findest mich auch auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube und so weiter. Diesen Schlussteil, den habe ich am Ende eines jeden Blogartikels. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um Konsistenz zu schaffen. Allerdings solltet ihr vorsichtig sein. Wenn ihr Textfragmente habt, die ihr jedes Mal wiederverwendet, dann sollten die nicht allzu lang sein. Denn wenn ihr sehr lange Textfragmente habt, die mehrfach auf eurer Webseite auftauchen, dann ist das sogenannte Duplicate Content. Und das ist nicht besonders gut für die Suchmaschinen. Also um anders zu sagen, es ist schlecht für die Suchmaschinen. Deshalb sollte man das nicht machen. Andere Sachen bezüglich Konsistenz sind zum Beispiel so Sachen wie diese Buttons hier unten, wobei ich das dann über Plugins gelöst habe. Schritt 9, Titel finden. Also wenn wir jetzt hier nochmal auf unser Word-Dokument schauen, dann sehen wir, wir hatten ja hier mit einem Arbeitstitel gearbeitet. Aber wir wollen letztlich einen besseren Titel finden. Und da stellt sich jetzt logischerweise die Frage, was macht denn dann einen guten Titel aus? Und ein paar Punkte decken sich tatsächlich mit den Anforderungen an eine gute Einleitung. Nämlich, dass eine Überschrift den Leser neugierig machen sollte, also so ein bisschen teasern sollte. Im Endeffekt aber trotzdem auch die Erwartungen erfüllen sollte. Also nicht irgendwie Versprechen macht, die der Text dann letztlich nicht halten kann. Und was ebenfalls ganz wichtig ist, und da sind wir wieder beim Punkt Suchmaschinenoptimierung, dass die wichtigen Schlagwörter in der Überschrift auch vorkommen. Am besten so weit vorne wie möglich. Und deshalb habe ich mich für den Artikel für folgenden Titel dann auch entschieden. Da kann man jetzt noch dazu sagen, dass ich, also da gebe ich jetzt schon ein paar Blicke hier hinter die Kulissen, warum ich das so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass man den Text nur optimiert auf Solfetio-Frequenzen oder die Überschrift nur auf diesen Begriff hingehend optimiert. Ich persönlich habe aber gedacht, dass ich diesen Text auch noch optimieren werde, dahingehend auf den Begriff heilende Wirkung. Also, weil man muss ja auch immer überlegen, nach was suchen denn die Leute, wenn sie in Google nach einem bestimmten Begriff suchen. Und manchmal suchen sie nach einem Begriff. Das ist dann ein Wort oder zwei Wörter vielleicht. Dann spricht man von einem sogenannten Short-Tail. Das Gegenteil davon ist ein Long-Tail, ein Long-Tail-Suchbegriff. Das heißt, wenn jemand mehrere Wörter, vielleicht sogar einen ganzen Satz oder eine Fragestellung in die Suchmaschine eingibt. Und wenn ihr so ein bisschen herausfinden möchtet, wonach denn eure Zielgruppe sucht oder generell die Leute suchen bei einem bestimmten Thema, da kann man Folgendes machen. Man gibt in Google einfach nur das Wort ein und dann schaut man sich an, wie sieht denn die automatische Vervollständigung aus? Also, was für Begriffe schlägt Google denn jetzt als nächstes vor, die man eingeben könnte, die viele Leute vorher schon gesucht haben? Ein weiterer Aspekt ist Google Trends. Auch das ist ein ganz nettes Tool, mit dem man herausfinden kann, was denn angesagte Wörter sind, nach denen die Leute suchen. Ja, apropos, ich habe auch ein Video produziert, beziehungsweise Text geschrieben, wo es darum geht, sechs Tools, die ich für Text und Marketing benutze. Da ist Google Trends eins von diesen Tools, das ich genauer vorstelle. Was ihr jetzt auch noch machen könnt oder solltet, ist dieser Permalink. Den könnt ihr jetzt auch noch bearbeiten, indem ihr hier draufklickt und schaut, dass ihr wirklich, ja, ich sage mal, nicht mehr als drei Wörter verwendet und auch hier die wichtigen Begriffe unterbringt. Schritt 10, Schlagwörter verwenden. Wie ihr jetzt schon gemerkt habt, die letzten Schritte, die ich euch gezeigt habe, haben sehr viel mit Suchmaschinenoptimierung zu tun gehabt und auch Schritt 10 dient letztlich ausschließlich der Suchmaschinenoptimierung. Denn ihr könnt auch noch mal, nicht nur in der Überschrift oder in der Einleitung oder in dem Text, den ihr geschrieben habt, dafür sorgen, dass die wichtigen Suchbegriffe, die wichtigen Schlagwörter im Text drin vorkommen, sondern ihr könnt manuell noch mal wirklich sogenannte Tags hinzufügen, also Verschlagworten sozusagen euren Text. Und das sind Wörter, die tauchen dann im Text vielleicht nicht unbedingt auf, aber die tauchen im Metatext, in den Metainformationen auf, sodass die Suchmaschinen das sehr wohl wahrnehmen können. Wir können uns jetzt mal überlegen, was könnten das für Schlagwörter sein, die bei diesem Thema mit den Solfeggio-Frequenzen passen. Was ich persönlich eigentlich immer mache, ist nochmal wiederholen sozusagen, die wichtig, also der jeweils wichtige Begriff, das heißt Solfeggio oder Solfeggio-Frequenzen. Dann, ja, es hat schon ein bisschen was mit Audio zu tun, mit Akustik, mit Gesundheit, mit Heilen, mit Ton, mit Musik. Und da kann man sich einfach überlegen, was da so thematisch irgendwie passt. Ihr solltet es nicht übertreiben, also ich sage mal so 10 Schlagwörter reichen da auf jeden Fall locker aus. Es ist jetzt nicht so, dass ihr das irgendwie zuballern müsst mit 100 Schlagwörtern oder so. Dann kann man natürlich noch Folgendes machen, aber das ist jetzt auch sehr individuell, je nachdem, wie ihr eure Webseite oder euren Blog eingerichtet habt, dass ich den Beitrag der entsprechenden Kategorie zuordnen kann. Das finden wir hier direkt über den Schlagwörtern auf der rechten Seite. Also hier wäre zum Beispiel Akustik, Gesundheit, die passenden Begriffe. Schritt 11. Qualitatives Titelbild benutzen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Vielleicht habt ihr diesen Spruch schon mal gehört und beim Bloggen trifft dieser Spruch auf jeden Fall auch voll zu. Und aus diesem Grund sollten wir unseren Blogbeitrag jetzt am Ende, jetzt wo er fast fertig ist, auf jeden Fall noch mit einem guten Titelbild versehen, einem Beitragsbild. Ich rede hier in diesem Zusammenhang nicht von den Fotos, die man manuell hier über den Editor-Bereich hinzufügen kann, sondern es geht mir um das Beitragsbild, was wir hier unten rechts finden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo bekomme ich ein passendes Beitragsbild her? Und die Antwort auf diese Frage lautet Unsplash. Um euch kurz noch mal zu zeigen, um was es geht, also ich habe hier auch noch mal meinen Blog geöffnet, ein Beitragsbild, das sind, ist das Bild oder das sind die Bilder, die letztlich auf der Übersichtsseite des Blogs erscheinen, wo die jeweiligen Blogartikel kurz angerissen werden, mit einem Bild eben. Und deshalb sollte man schauen, dass dieses Bild irgendwie auch den Inhalt des Blogbeitrags wiedergibt oder die Stimmung zumindest. Also ich habe gesagt, ich gehe jetzt mal auf unsplash.com, einfach aus dem Grund von den kostenlosen Fotoarchiven, die es gibt, bin ich der Meinung, dass es einfach das Archiv ist, wo man die Bilder mit der größten Qualität, aber auch von der quantitativen Auswahl her das meiste sozusagen findet. Ich mache jetzt einfach mal folgendes, weil auch das eine Kunst für sich ist, wie findet man ein passendes Bild für seinen Beitrag? Das Thema war ja Solfeggio-Frequenzen. Ich suche einfach mal nach Solfeggio. Und jetzt zeigt er mir hier erstmal kostenpflichtige Bilder an, die interessieren mich aber logischerweise nicht. Und bei den Resultaten für die kostenlosen findet er gar nichts, weil der Begriff Solfeggio jetzt auch nicht unbedingt der ist, unter dem man sehr viel visuelles Material irgendwie finden kann. Ich probiere es mal mit Frequenzen. Und ja, das geht zwar in die richtige Richtung, irgendwie mit Frequenzen und so, aber irgendwie, das Foto hier ist zum Beispiel zu technisch. Wenn ich jetzt mal Frequencies im Plural eingebe, ja, dann ist das nach wie vor irgendwie alles so zu technisch. Das heißt, man sollte sich überlegen, was wäre denn ein Objekt, ein Bildobjekt, was ganz gut die Stimmung des Beitrages wiedergeben kann. Wenn man von sich aus nicht drauf kommt, ist das auch kein Problem, wenn man einfach in diesem Fotoarchiv ein bisschen nach bestimmten Begriffen sucht und häufig findet man dann Inspirationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei dem Begriff Frequencies nach unten scrolle, sehe ich auf einmal zum ersten Mal eine Klangschale. Das ist doch eine sehr gute Idee. Es soll ja irgendwie in die Richtung Klangschale, Meditation, Entspannung, Wellness gehen. Und diese Begriffe könnte man dann in englischer Sprache logischerweise einfach mal ausprobieren. Gut, Health, Gesundheit. Ja, das geht halbwegs in die richtige Richtung auch schon mit der meditierenden Frau dort unten. Meditation. Aber so ganz passend für unser Thema ist es noch nicht. Auch hier haben wir jetzt auf einmal wieder eine Klangschale. Das sieht doch irgendwie ganz vielversprechend aus. Das Bild hier, das könnte man schon fast nehmen. Das würde ich sagen, geht von der Richtung schon in eine ganz gute Richtung einfach. Singing Bowl, das englische Wort für Klangschale. Und ja, ich würde fast sagen, wir nehmen dieses Bild hier. Wir klicken da jetzt drauf und dann Download Free. Können wir die entsprechende Größe uns, also für eine Größe entscheiden. Ich nehme jetzt einfach mal Medium, lade das herunter. Und jetzt könnt ihr, ihr müsst es aber nicht. Das ist so in der Lizenz von Unsplash geregelt. Ihr müsst den Ersteller des Fotos nicht nennen, aber ihr könnt es. Und es ist natürlich gern gesehen und hat den Vorteil, dass ihr auch einen externen Link zu einer vertrauenswürdigen Seite habt, den ihr einfügt. Das heißt, für die Suchmaschinenoptimierung ist es gar nicht mal so verkehrt, das zu tun. Das heißt, ich kopiere mir jetzt hier diesen Text und würde dann dieses Bild hier, das ich heruntergeladen habe, einfügen. Also ich füge jetzt hier einfach zwei leere Zeilen hinzu, mache eine horizontale Linie und schreibe jetzt hier, ich übersetze es einfach noch ins Deutsche. Das war zu viel Beitragsbild von und hier stelle ich ein, dass der Link in einem neuen Fenster geöffnet wird. Ebenso hier hinten in einem neuen Tab und statt on schreibe ich auf. So, das Ganze könnte ich jetzt speichern oder ich speichere das Ganze jetzt und füge jetzt im letzten Schritt einfach das Foto, was ich heruntergeladen habe, als Beitragsbild hinzu. So, bevor ich das einfüge, schreibe ich jetzt noch einen Text, um das Bild zu beschriften. Solfetio Frequenzen und den verwende ich auch als Titel und lege das letztlich als Beitragsbild fest. Schritt 12, Inhalte verlinken. So, dieser Aspekt, der dient jetzt ganz klar der Suchmaschinenoptimierung bzw. auch so ein bisschen der Laserbindung. Also, ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen wie auf Amazon, da bekommt ihr ja auch Produkte vorgeschlagen. Wenn ihr einen bestimmten Artikel anklickt, dann errechnet Amazon oder Amazon so ein bisschen, was könnte euch denn gefallen und schlägt euch bestimmte Produkte vor. Und genau das machen wir im Endeffekt auf unserer Webseite, auf dem Blog auch. Wir möchten ja, dass ein bestimmter Artikel, den jemand liest, ein Einstiegsartikel sein soll und der jeweilige Leser oder Seitenbesucher bei uns auf der Webseite, auf dem Blog bleibt und noch weitere Artikel liest. Und dazu dienen interne Verlinkungen. Das heißt, wir fügen jetzt an diversen Stellen, also überall, wo es sich anbietet. Im optimalen Fall schreibt man seine Texte auch so, dass sie alle aufeinander aufbauen, dass man die untereinander verlinken kann. Ich mache das jetzt beispielhaft einfach nur mal an einer Stelle, nämlich hier zum Beispiel. So kannst du in diesem Hörtest auf meinem Blog das Alter deiner Ohren ermitteln, dass ich diesen Teil hier, Hörtest auf meinem Blog, markiere. Jetzt suche ich einfach mal Hörtest und dann schlägt er mir auch den entsprechenden Beitrag schon vor. Frequenzen hören, finde mit diesem Hörtest dein Alter heraus. Ich drücke jetzt einfach Enter und damit ist an dieser Stelle der Link eingefügt. Das wäre jetzt beispielsweise ein interner Link. Man sollte außer internen Links auch immer mal wieder einen externen Link einbauen. Also was heißt auch hauptsächlich, sage ich mal, aus Gründen der Suchmaschinenoptimierung. Zu viele externe Links sind auch ein bisschen blöd, weil die führen die Leute ja eigentlich wieder runter von eurer Seite und ihr möchtet ja, dass sie auf eurer Seite bleiben. Deshalb sollten eigentlich die internen Links überwiegen. Wir haben bei dem Titelbild oder Beitragsbild, was wir eingefügt haben, ja schon externen Link zu Unsplash eingefügt. Ich möchte aber jetzt hier an anderer Stelle auch nochmal einen externen Link einfügen, nämlich beim Johannes-Hymnus. Da habe ich jetzt extra schon in Wikipedia den entsprechenden Artikel geöffnet und füge jetzt hier über Steuerung C und Steuerung V, also kopieren, einfügen, diesen externen Link ein. Bearbeite den aber, dass er sich in einem neuen Fenster öffnet. Ganz wichtig, externe Links immer in einem neuen Tab öffnen lassen, weil der Effekt dann der ist, ich kann das hier mal in einem fertigen Beitrag schon zeigen, wenn ich da jetzt mit der linken Maustaste draufklicke, dann öffnet sich das in einem neuen Fenster, aber das alte bleibt trotzdem offen. Das heißt, wenn der Leser diesen externen Link gelesen hat, dann wird er immer wieder auch nochmal zu eurer Seite zurückkehren, selbst wenn er nur irgendwie dieses Fenster schließen möchte. Aber er muss nochmal zu eurer Seite zurückkehren und das wollen wir. Würde sich dieser Link im selben Fenster öffnen, wäre eure Seite weg und der Leser hätte vielleicht vergessen, wo er ursprünglich mal hergekommen ist. Also wir schauen uns, oder ich zeige euch das einfach mal, der fertige Beitrag, da habe ich jetzt an diversen Stellen intern und externe Links eingebracht, das seht ihr daran an den Stellen, wo hier Bereiche unterstrichen sind. Zum Beispiel zu einem Artikel über weißes Rauschen, über einen weiterführender Link zu meiner Dominik-Braun-Webseite, dann wie gesagt der Link zum Hörtest, zum Johannes-Hymnus, ich weiß nicht, ob hier unten noch was kommt, Schumann-Resonanz, glaube ich auch ein externer Link zu Wikipedia. Hier nochmal ein paar Links, also ganz viele Links, die ich in diesen Artikel eingebaut habe und Links sind einfach wunderbar für die Suchmaschinenoptimierung und wie gesagt, in der Regel mehr interne Links als externe Links einbauen. Weil ich jetzt am Anfang noch diesen Vergleich hatte, also am Anfang von Schritt 12, dass man diese internen Links mit Produktvorschlägen vergleichen kann, es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie ihr euren Lesern weitere Artikel oder Beiträge auf eurem Blog schmackhaft machen könnt, vorschlagen könnt. So wie ihr das hier nämlich seht, weitere spannende Artikel und das funktioniert über ein sogenanntes Plugin, mit dem ihr verwandte Beiträge vorschlagen könnt. Also wenn ihr das Plugin installiert habt, dann habt ihr hier unten so ein Fenster, ich klicke da jetzt einfach mal drauf, verwandte Beiträge hinzufügen, klicke hier auf alle Beiträge und dann kann ich ein paar auswählen, von denen ich denke, die könnten für den jeweiligen Leser auch interessant sein. Ich mache jetzt einfach mal hier 10 Tipps für besseren Schlaf, Frequenzen hören und weißes Rauschen und klicke dann hier oben auf Übernehmen. Falls ihr noch nicht wisst, wie ihr Plugins installiert, das ist ein Teil meiner Videoserie, also eines der neuen Videos über WordPress, handelt genau darüber, also was sind Plugins und wie installiert man sie. Deshalb werde ich das unten auch nochmal verlinken, dass ihr das zur Not nachschauen könnt, wenn ihr noch nicht so gut wüsst, wie man mit Plugins umgeht. So, das soll das gewesen sein, das waren die 12 Schritte, mit denen ihr zum perfekten Blogbeitrag gelangt. Wahrscheinlich werdet ihr in Zukunft, wenn das jetzt komplett Neuland für euch ist, dieses Video noch das ein oder andere Mal anschauen, um nochmal nachzuschauen, was denn die einzelnen Schritte gewesen sind, beziehungsweise ihr werdet die entsprechende Anleitung nochmal lesen müssen, aber irgendwann wird sich das auf jeden Fall auch verfestigt haben und ihr werdet automatisch mit jedem Blogbeitrag, den ihr schreibt, diese 12 Schritte irgendwie durchgehen. Wie ich bereits in der Einleitung erwähnt habe, stammt diese Anleitung hier in diesem Video fast 1 zu 1 aus meinem Buch Text schreiben für WordPress Webseite und Blog. Wenn ich euch mit diesem Video jetzt mehr Appetit gemacht habe auf dieses Buch, dann schaut euch doch gerne auf meiner Webseite noch die entsprechenden Details zu diesem Buch an, denn ich kann euch dieses Buch absolut ans Herz legen, wenn ihr lernen möchtet, wie ihr eben bessere Texte für eure Webseite schreibt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut!